Die Top 5 Bluetooth-Lautsprecher mit USB-Anschluss Ich habe den Anker Soundcore 2 Bluetooth-Lautsprecher und bin absolut begeistert von der Klangqualität und dem Dual-Busstreiber. Der Akku hält bis zu 24 Stunden und der verbesserte IPX7-Wasserschutz ist ein großes Plus. Ich kann das Gerät kabellos mit meinem iPhone oder Galaxy verbinden und sogar unterwegs Musik hören. Der tragbare Lautsprecher ist ein Muss für alle, die gern Musik hören und dabei mobil sein möchten. Ich würde ihn jedem empfehlen. Ich habe die JBL Go 3 kleine Bluetooth-Box in schwarz gekauft und bin sehr zufrieden damit. Der Lautsprecher ist sehr leicht und kompakt, sodass ich ihn überall hin mitnehmen kann. Die Klangqualität ist erstaunlich gut für eine so kleine Box und ich kann problemlos bis zu 5 Stunden Musik hören, bevor ich den Akku wieder aufladen muss. Auch die wasserfeste Funktion ist sehr praktisch, da ich den Lautsprecher auch am Pool oder am Strand verwenden kann, ohne mir Sorgen um Schäden machen zu müssen. Insgesamt empfehle ich die JBL Go 3 jedem, der einen tragbaren Bluetooth-Lautsprecher sucht. Ich bin absolut begeistert von der Ortisan Bluetooth-Lautsprecher mit Licht. Die Musikbox ist super tragbar und dank der ersten PX7-Wasserdichtigkeit muss ich mir keine Sorgen machen, dass sie beim nächsten Poolparty kaputt geht. Der duale Basstreiber verleiht der Musik einen Extra-Kick, während der 30-Stunden-Akku sicherstellt, dass die Party niemals endet. Ich kann auch meine Anrufe darüber tätigen, dank der Freisprechfunktion für Phones. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dieser tragbaren Bluetooth-Box und kann sie jedem empfehlen, der einen hochwertigen Lautsprecher für den Außenbereich möchte. Ich habe mir den Anker Soundcore Mini-Bluetooth-Lautsprecher in rosa gekauft und ich bin absolut begeistert von diesem Produkt. Der Klang ist fantastisch und der Bass ist intensiv. Die 15 Stunden Spielzeit sind unglaublich praktisch für unterwegs und die 20 Meter Reichweite machen es sehr bequem. Außerdem ist das FM-Radio eine nette Ergänzung. Ich finde, dass der Anker Soundcore Mini-Bluetooth-Lautsprecher ein Muss für jeden Musikliebhaber ist. Ich habe mir den HeySong Bluetooth-Lautsprecher mit Licht gekauft und bin sehr zufrieden mit meinem Kauf. Das Design ist modern und elegant und der Sound ist beeindruckend. Der 360-Grad-Stereo-Sound mit satten Bessen sorgt für ein tolles Hörerlebnis. Auch die erste PX7-Wasserdichtigkeit ist praktisch, da ich den Lautsprecher gerne im Garten oder am Pool nutze. Der Akku hält bis zu 40 Stunden und auch die kabellose Verbindung mittels Bluetooth- oder TF-Karte funktioniert einwandfrei. Alles in allem bin ich sehr zufrieden mit diesem tragbaren Lautsprecher. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video.